Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Stuttgarter Nachrichten hat berichtet. Petition bremst Umsetzung. Vorerst kein Tempo 20 in Stuttgart. Und ihr habt hier richtig gehört und auch die Zahlen hier im Bild richtig gesehen. Hier steht eine 2 und eine 0. Hier geht es nicht um Tempo 30 innerhalb der Stadt Stuttgart im Cityring, sondern sage und schreibe 20 kmh. Das kannst du dir wahrhaft nicht mehr ausdenken. Das hatte ich ehrlich gesagt auch gar nicht so mitbekommen und auf dem Schirm, dass es hier wirklich darum geht, dass man im Cityring in Stuttgart wirklich Tempo 20 etablieren möchte. Nicht die üblichen, wo immer die Forderungen kommen, Tempo 30. Und dazu muss man natürlich technisch und so weiter ganz klar kritisch hinterfragen. Ist das denn wirklich im Sinne von Umweltmaßnahmen wirklich hilfreich, wenn man mit einem niedrigeren Gang, vielleicht aber in einer höheren Drehzahl fährt? Stößt das Fahrzeug mehr Abgase aus etc.? Ist der Spritverbrauch vielleicht auch höher? Und ja, je nachdem, was für ein Fahrzeug gefahren wird, ist das häufig der Fall. Dementsprechend bringt so etwas häufig nichts. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Prozess, der hier abläuft. Das Auto soll madig gemacht werden. Man soll nicht mehr gerne mit dem Auto irgendwo hinfahren und ähnliches, sondern soll oder anders. Ich habe das mit dem Pharisee Tage auch darüber gesprochen bzw. geschrieben per Telegram und ein bisschen diskutiert. Und es ist noch so, dass versucht wird, das Fahrrad und andere kleinere Möglichkeiten, das Lastenrad oder was, eine größere Variante, und die öffentlichen Verkehrsmittel, versucht nicht die zu verbessern, indem man sagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier die Sitze sind jetzt toll gereinigt im öffentlichen Verkehrsnahverkehr. Ihr bekommt hier tolle Parkplätze für Fahrräder. Die Fahrradwege sind so und so super gut. Also alles besser, als wenn man sich ins Auto setzt oder ähnliches. Nein, es wird das Gegenteil gemacht. Es wird nicht das Schlechte verbessert, sondern es wird das Gute, das Auto, verschlechtert. Indem man sagt, ja, Auto, damit kannst du zwar fahren, aber du fährst langsamer. So langsam mit 20, dass sich selbst einer, der am Joggen ist, wenn er einen schnellen Sprint einlegt, überholen wird, dass der schneller ist als du. Also versucht man dieses Verkehrsmittel, was deutlich attraktiver ist bei, ich gucke gerade aus dem Fenster, bei Regen oder gar auch im Winter, wenn es kalt ist und so weiter, die bessere Lösung ist. Oder auch für den Transport von verschiedenen Sachen, wenn man mal einkaufen war oder ähnliches. Da mag man nur an alte Leute denken, wie sollen die sich auf ein altes Fahrrad oder von mir aus auch ein modernes E-Bike draufsetzen und dann auch noch irgendwie wohin fahren, einkaufen, die Einkäufe transportieren. Das ist doch gar nicht realistisch. Also ich finde das absolut nicht nachvollziehbar. Ja, wer ist das, wer hier jetzt diese Petition gestartet hat und versucht dagegen vorzugehen? Es ist die Initiative Verkehrsfluss statt Tempolimits, freie Fahrt fürs Ländle. Wird seit mehreren Jahren gegen Tempolimits aktiv und sammelt Stimmen via Internet oder Geld, um gegen Tempo 120 auf der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen zu klagen. Auf einer Bundesstraße? Dann kann es ja keine Bundesstraße sein bei 120. Bundesstraßen sind doch maximal 100 oder habe ich irgendwas verpasst? Okay, lass mal so stehen. Wer sich da auskennt aus der Gegend, kommt gerne mal was reinschreiben. Immer wieder reicht sie auch Petitionen beim Landtag ein, um die Umsetzung hier von Tempolimits zu verzögern. So etwa gegen Tempo 40 im Neckartor oder Tempo 30 in Beuren. Also wer aus der Ecke Stuttgart und so weiter da kommt oder gegebenenfalls sich dort auskennt, gerne mal was reinschreiben. Ich bin raus, abonniert den Kanal, bis zum nächsten und ciao.